Das Team EDD braucht Verstärkung, nämlich Sie. Hallo, ich grüße Sie. Was meinen Sie wohl, was da drin ist? Das ist Ihr neuer Arbeitsvertrag für Ihre Arbeit in den evangelischen Diensten Duisburg. Aber ein wenig müssen Sie schon selber auch dafür tun. Ich lade Sie recht herzlich ein, zur Jobmesse in die MSV Arena zu kommen am 14. März. Dort haben wir einen großen Messestand mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die freundlich alle ihre Fragen beantworten. Wir suchen immer und kontinuierlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In allen Bereichen sind Sie Pflegefachkraft, sind Sie Pflegeassistentin, sind Sie Koch oder Köchin, arbeiten Sie gerne in der Verwaltung, sind Sie Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger und arbeiten gerne mit und für Menschen mit Behinderung. Sind Sie Reinigungskraft, dann sind Sie richtig bei uns. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für uns interessieren und laden Sie recht herzlich ein zur Jobmesse am 14. März in die MSV Arena. Wir brauchen Sie, wir wollen Sie und wir freuen uns auf Sie. Also, wir sehen uns auf der Jobmesse in der MSV Arena am 14. März. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Ulrich Christofzik. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Ulrich Christofzik.